Hohe Appel und um Semi-Kolon-See Borussia Dortmund hat den US-Nationalspieler Christian Bülisic an den FC Chelsea verkauft. Bis Saisonende bleibt Bülisic aber auf Leihbasis beim BVB. Quelle, t-online.de Borussia Dortmund gibt eins seiner größten Talente ab. Christian Bülisic wird mit sofortiger Wirkung transferiert, bleibt dem BVB aber auf Leihbasis noch länger erhalten. US-Nationalspieler Christian Bülisic verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum FC Chelsea nach Langen. Die Ablösesumme beträgt laut Börsenmitteilung des BVB 64 Millionen Euro und ist sofort fällig. Allerdings wird Bülisic für die Rückrunde der laufenden Saison zurück nach Dortmund verliehen. Es war immer Christians großer Traum, in der Premier League zu spielen, sagte BVB-Sportbedirektor Michael Zorc. Das hat sicher auch mit seiner amerikanischen Herkunft zu tun, und infolgedessen war es uns nicht möglich, seinen Vertrag zu verlängern. Bülisic selbst wird auf der Chelsea-Webseite mit den Worten zitiert, Es ist ein Privileg, bei so einem legendären Klub unterzeichnet zu haben. Ich freue mich auf die harte Arbeit, um diese Mannschaft mit Weltklassesspielern zu unterstützen. Das Arbeitspapier des 20 Jahre alten Flügelstürmers beim BVB war noch bis 2020 gültig. Er absolvierte insgesamt 115 Pflichtspiele für die Dortmunder Profis, dabei erzielte er 15 Treffer und bereitete weitere 24 vor. In dieser Saison hatte er nach dem Durchbruch von Jadon Sancho allerdings keinen Stammplatz mehr in der Offensive und kam häufig nur als Einwechselspiele zum Einsatz. Sein Marktwert wird auf etwa 50 Millionen Euro geschätzt. ...